Ja, ich will auf der Strasse fahren, ok? Ja, mach ich ja, du fährst mir doch einen Weg rum. Ja, maul. Ey, da ist ein Mensch, kann ich nur umfahren. Ja, aber dann passiert nichts. Kriegst du doch kein Geld? Nein, ich bin nicht Gangster. Das hat dir auch gar nicht vor. Guck. Genial. Sauber geparkter, oder? Ich mag, ich mag, ich mag. Nein, bleib hier, geh nicht von uns. Kannst mich, kannst, kannst mich mitverkaufen? Oh, ich hab kein Erlaubnis, Mann. Ey, gib mir mal die Erlaubnis. Moment, uh. Ich will mich mit verkaufen. Äh, lol, Moment, wie guck ich jetzt? Ah, okay. Gut. Warte, ich guck jetzt ab und wieder, jetzt ist es auf einmal weg. Ja, der geht nicht weg. Ich kann verkaufen für 12.570. Oh. Oh, ich hab's nicht gesehen, wie der Uhr weg ist. Ja, aber beim Händler kriegst du nur, ähm, 10.000, ne? Süß. Warte, was ich weiß, bis ich lang geht. Ja, weiß ich auch nicht. Hey, Rauni. Ich hab mich festgefahren, helf mir. Dein Ernst? Ja. Oh Mann. In der wir finden Folge? In der zweiten, ich komm nicht mehr weg. Warte. 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 Ne, in der dritten zumach schon. Ich komm nicht weg. Ich könnt ja das Gewicht mal abgucken. Ah. Stump mich mal. Ja, ich bin da schon dabei. Kann man den nicht rumschieben, im Elfer ging das. Ja, geht ja auch. LOL! Ey, ich komm nicht hin, mein Fixier hängt so, dass ich mich ähm... Ja, geht doch! Ja, mach doch weg! Geh doch weg, Junge! Alter! Hängs Gewicht ab, ja gut. Guck, das kann der Traktor halt. Ey! Ey, zwar mal keine Scheißsachen hier! Sonst spiel ich immer wieder mit Yannick. Ja, spiel doch mit Hendrik oder Backofen. Oder mit Traktor, Horst. Ich hab halt mal kein Talent drin, lass mich! Wollen wir in die Stadt einkaufen? Ja, ähm... Ja, lass mal in die Stadt... Da hab ich von Hänger hingestellt. Also ich sag dem jetzt erstmal mal Gruppe und dann fahr nochmal in die Stadt. Äh, nein, du kannst nicht mit der Mühle fahren, da weiß ich nicht auch wo die Mühle ist. Okay. Ey, wir wollen mal... Ey, wir wollen mal... Ey, wir wollen jetzt... Wir wollen jetzt... Ja. Da musst du aber aufpassen. Wenn der Blaue kaputt geht, ist ja nicht schlimm, da haben wir ja vier Stück davon. Soll ich einfach das Getreide unter Gruppe und keine Heuball machen? Wie denn bitte? Ja, mit einem Heu... Mit einer Wallen... Keine Ahnung, wie das Ding heißt. Wallenfreiste haben wir noch nicht, okay? Will ich aber! Du, das fahrst du in die Bühne, da gibt's am meisten Geld. So, Hälfe einstellen, was irgendwas Deutsch macht. Der fährt besser. Ja, vorhin fährt er direkt perfekt weg. Warte mal, ich muss mal... Mach mal kurz ne kleine Pause. Waaaah! Was? Aufnahmepause. Ja. Wann? Jetzt. Okay. So, hier sind wir dann auch wieder und vielleicht ist es euch auch aufgefallen, der Sound war am Ende ziemlich laut den Platz. Bisschen runtergestellt. Jetzt wird's auch besser sein und da kommt der Ball. Ey, du kannst auch wenn du mit Shift und Tab, kannst du zurück wechseln weder, ne? Loll. 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 Halke. Wir haben keinen Bock auf. Kun Ein Takt da. Führen wir mal in die Karte rein. Wo fahren wir denn da lang? Los, Kapitän Stein. Das heißt, Kapitän Fels, bitte. Mit wie viel fährst du gerade wieder hoch? Äh, 40. 20. Hey, häng dich ab. Halt, stopp, ich werd gemobbt. Halt mal an. Geht nicht, man. Was so cool ist, wenn ich jetzt hier anfahre, dann roll ich erst ein Stück zurück und dann fahre ich erst los. Das ist nicht so cool. Ne, man, der hat nur rundum leuchtet. Warte mal, warte mal. Rüffel von einem Elefanten, ein, ich glaube, ein Elefanten soll erbnöse aus dem Wald spielen. Oh, ich will jetzt für einen Doofen-Missionen machen. Gibt sich scheiß, den man keiner kann machen. Ja, später kannst du machen. Ja, jetzt aber noch mehr. So, wir zeigen jetzt mal, was mit dem Schock tolles können, ohne Mod zu kommen. Ja, können wir sowas? Ja, können wir. Du holst jetzt mal nassen Füße, Jonas, oder? Hehehe. Uh, Thomas gibt extra Pölkken, aber nein. Ja, sobald in der Nähe. Meine Füße aus Karte gepackt. Ey, meine Bordmanns-Füße, finde ich sehr geil. Ah ja. Da ist jetzt auf einmal so ein Zeichen. Ich bin nämlich die ganze Zeit im Singleplayer rumgewenden, ein bisschen. Und wollte gucken, wo dieses Bankzeichen ist. Da war kein Bankzeichen. Lol, der kippt jetzt zur Seite. Ja, nach hinten sieht auch ein bisschen blöd aus. Äh, äh. Mosse, wir jetzt fail hier. Wovon er hat, was er traut? Da, ist zu wollen. Mit die Anleihen, aber Er ist kein Rieser, aber mutig stehen. Kleiner Rottertrag. So, war, die, die, das geht. Neu, kleine Rottertrag. Wie geht es mal, dass Schleppwiesel der großen Klausel, aus dem Leben dann unterwegs der Rotterdorf dort geht das geht ich kann sich nicht mehr scheiß ich konnte auswählen das erste Mal ich bin und die der Aufmerkungen erst am Hof ist er wolle mal runterfahren an die am Bahnhof Bahnhof ich bin erst am Hof es geht ja um erst am Bahnhof ist ich weiß nicht mal wo der Bahnhof ist ja du sagst warte ich will hier auf dich komm mal hey ja auch Frau Traudi kommt und ist schon da ich kann es nicht mal umfahren ich bin dafür dass wir Wege benutzen ja da musst du auch so einen Umweg fahren fahren wir einen Umweg wir strecken das letztlich fertig ja das machen wir dann, wir fahren zurück, fahren wir einen Umweg hinzus fahren wir den Kohlenweg